So Freunde, weiter geht's. Hauptmission. Spider Buddies. Ich habe jetzt einige Söhne Nebenaufgaben gemacht. Und jetzt gucken wir mal. Oh, lol, Alter. Hm. Und dein Schüler ist das, der andere? Es ist viel passiert, als du in diesem Tank warst. Ich weiß. Glaub mir. Ganz vorsichtig. Oh Mist, Alter. Ups. Ja, ich mache uns mal Kaffee. Scheint eine lange Nacht zu werden. Oh, shit, Alter. Aber es müsste eigentlich bald dazu führen, dass seine Charakterzüge sich verändern. Also wenn es der klassische Symbiont ist, dann schon. Dass das, ähm, Harry dann irgendwie ein bisschen böser wird. Oder aggressiver. Was zum Teufel ist hier passiert? Ähm. Wir haben, wir haben nur... Experimente gemacht. Wo ist Dr. Connors? Äh, er hat sich freigenommen? Nein. Er nimmt sich niemals frei. Ich... Geh dann mal. Ja. Er ist sicher entführt schon. Naja, sicher hat ihn Kraven geholt, ey. Einen Moment. Harry besitzt Superkräfte? Das geht alles so schnell, ey. Warte. Was ist das? Hey Leute. Ich empfange komische Signale vom Spider-Bot. Du auch? Genki. Führst du irgendwelche Tests durch? Ich wollte euch gerade anrufen. Ein paar von denen haben das Netzwerk angepinkt. Die benutzen seltsame Wireless-Protokolle. Ich sehe mir das an und sage Bescheid, was ich finde. Ah, okay. Ich lade Infos auf den Spidey-Server. Verstanden. Ich sehe mich nach ihnen um. Schickt mir die Daten, wenn ihr sie habt. Ich versuche rauszufinden, von wem sie stammen. Okay. Ist sie reingegangen? Nein. Wie soll das funktionieren? Einfach zusammentun wie sonst, oder? Ne. Wie lange verfolgst du die Kerle schon? Ein paar Wochen. Hab Gerüchte über sie gehört. Sie hinterlassen Tote. Und ihnen liegt sehr viel an der Purpurstunde, was auch immer das ist. Der heiße neue Club in Hell's Kitchen. What the fuck, Alter? Wow, das ist... Ist mir einfach so rausgerutscht. Wer sagt sowas? Ich doch nicht. Wenn doppelte Takedowns ausführen. Links gehört mir. Woran erkennen wir ihren Boss? Wenn wir ihn finden? Diese Leute scheinen nicht sonderlich subtil zu sein. Ziehen wir uns um. Sie decken sich wirklich für irgendetwas ein. Sie wollten Vorräte aus dem Krankenhaus stehlen. Der Aussteiger, den ich gerettet habe. Wenn er schlau ist, hat er den Staat links verlassen. Das sieht aus wie eine Terrororganisation, Alter. Ich glaube, die sind noch nicht lange hier. Vielleicht höchstens einen Monat. Die Kultisten ausschalten und weitergehen? Klingt gut. Also, es ist anderthalb Jahre her, seit... Wie ist es dir ergangen? Den Smalltalk kannst du dir sparen. Wir sind nicht alle. Das Narrenfeuer. Wieso bist du sicher, es ist Spider-Man? Weil die Flamme sicher ist. Hat er sich jemals geirrt? Wenn du Zweifel hast... Das ist kein Smalltalk für mich. Ich habe mich um dich gesorgt. Mir geht's gut. Ich war glückend und... Er hat doch nämlich nicht gesehen, Alter. Er hat zieh gesehen, Alter. Ich darf nicht. Bezieht sich nachlässig darauf, dass du letztes Jahr diesen Handlanger umgebracht hast? Ich hatte schon gefragt, wann du damit anfährst. Was ich damals sagte, war so gemeint. Du willst mich ausliefern? Du kannst es gerne versuchen. Noch keine Spur von ihrem Boss. Nimm mir weiter. Ich dachte, wir bekämpfen uns als Gegensatz hierher. Versperrt. Wenn ich sie aufbreche, geht bestimmt ein Alarm los. Funktioniert wohl ohne Schlüssel. Irgendwo hier lässt die sich entriegeln. Vertraue in die Flamme. Zweifel ist menschlich, aber wer vertraut, ist würdig. Vertraue in die Flamme. Zweifel ist menschlich, aber wer vertraut, ist würdig. Ich habe es wohl verstanden. Soll das etwas Gutes sein oder etwas Schlechtes? Wie kann irgendwas davon gut aussehen? Die Tattoos zeigen in der Sekte die Hierarchie an. Okay. Neue Rekruten werden nach dem Beitritt wohl in Paare gruppiert. Gut, um alle im Auge zu überhalten. Warte, ich habe eine Idee. Willst du das der Klasse mitteilen? Sehe nur zu. Aha. Die Tür öffnet sich nur, wenn sie das richtige Paar Tattoos erkennt. Ich habe meins. Siehst du jemanden mit einem Hephaistos-Tattoo? Hephaistos... Hat ein T-Dre... Also. Bitte nicht aufwachen. Und nicht das Tattoo, das ich suche. Wer sagt es denn? Alle guten Dinge sind zwei. Ha. Alter, der ist mit Sandalen hier. Und hast du irgendwelche Tattoos? Nur das war ein Spider-Cops Grabstein. Absolut. Wirklich? Alter. Ja, ein Spider-Cops war aber cool. Wenn du nochmal abhaust, wird er nicht so gnädig sein. Was ist dir ein Problem, Alter? Denn alles brennt. Denn alles brennt. Weil die Kulti sind so eine echte Idioten. Sehen wir nach den Gefangenen. Wir bringen dich hier raus. Die Türsteuerung ist nebenan. Schnell. Wie viele Anhänger sind in dem Gebäude? Ich, ich weiß es nicht. Viele. Türsteuerung ist nebenan. Wir bringen dich schnellstmöglich raus. Bitte. Wir bringen dich schnellstmöglich raus. Wir bringen dich nicht hierher. Wir sehen. Wenn das die Anhänger der Flamme sind, hält die Flamme dann da unten auf. Ich glaube nicht. Er ist noch würdig. Werft die Zweifel über Bord und feiert den Übergang, die ist hoch und Typhan zu Hefaisters. Alles okay mit dir? Du klingst. Alles prächtig. Du musst dein wahres Ich nicht mehr vor der Welt verbergen. Ja, der sieht's nämlich. Und den an nichts mehr anhaben kann. Dieser Raum hat wohl keine anderen Ausgänge. Hoffentlich gibt es hier noch mehr als diesen Bildschirmschoner. Okay. 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 Komm hoch. Kann ich den ausschalten? Oder ist der? Na, geht sie aus. Schnapp schön. Der wird nämlich ganzer Xene. Dein Hammer? Schlaf gut. Wann ist alle? Komm raus, komm raus, komm raus, wo immer du bist. Das war der letzte, glaube ich. Siehst du irgendwo die Türsteuerung? Na, ich weiß nicht. Hier laufen die Zellenkabel entlang. Das war so groß, Alter. Das ist... Wäre eh klar, dass jetzt die Türsteuerung ist. Aber es kommt sicher noch ein Boss. Wir müssen echt aufhören, uns so zu treffen, Yuri. Sonst glauben die Leute noch, du willst mich töten. Hm. Hätte nie gedacht, dass du nochmal jemanden über Liste ist, einem deiner Clubs beizutreten. Liebe ist nie eine List. Nichts davon ist Liebe. Ich habe die Hand ausgestreckt, als es niemand sonst tun wollte. Ich wette, du oder das Narnfeuer hätten das nicht getan. Aber was wäre nötig, damit du mich auch liebst? Verrat mir dein Versteck, dann zeige ich es dir. Ja, wieder hinten zu uns, bis ich wollte. Ja. Das Krankenhaus nördlich von Historia ist jederzeit willkommen. Wenn ihr würdig seid. Alles klar, Mann. Du wusstest die ganze Zeit, wer die Flamme war? Nein. Ich hatte einen Verdacht, aber ich wusste es erst, als ich ihm sagte. Willst du dich verwirken? Woher kennt ihr zwei euch? Er hatte eine ähnliche Gruppe, als ich ein Cop war. Ich nahm sie hoch. Ich nahm sie hoch. Sein Problem, Alter. Ich bin in diesem Netz gefangen. Okay, Berge gingen eher relativ flott. Die Flamme ist gar nicht hier. Wir müssen ihn verfolgen. Nachdem wir die Gefangenen befreit haben. Oh, shit, Alter. Er ist geklebt, Alter. Er ist geklebt, Alter. Ach, komm, rande hoch. Ich bin auch. Du willst die Tür aufmachen? Wieso nicht? Oh, warst du an? Vater, Mann. Oh. Da ist er. Eine Stunde. Oh, oh, oh. Oh. Das wichtigste zuerst. Woher weiß er, wer du bist? Meine Stimme. Was ist die Politikistin? Lachte mir viel sieben. Wer fanns raus, wer es wahr, um mir zu sagen, dass ich scheitere? Oh. Oh. Oh, bau. Ja, ich war gerade dabei, dass ich einen Typen boxe. Okay, da war der auch. Ah, ja, Mann. Wir brauchen nicht lange zum Krankenhaus. Yuri! Das ist die offensichtlichste Falle aller Zeiten! Hm. Und ich kenne Trapster. Wir können nicht warten. Du weißt nicht, wie er ist. Okay. Ich weiß, dass es nichts bringt, wenn wir rein stürmen und sterben. Hey, da ist eine Spinne. Ich schaue mir die Krankenhausbasis an und checke, dass alles sicher ist. Zufrieden? So kann man es auch ausdrücken. Oder auch als etwas weniger gestresst. Da ist eine kleine Spinne, glaube ich, daneben. Okay. Spider-Woman. Okay. Dann haben wir das auch. Boah.